Wer hat denn den schlechtesten Musikgeschmack in der Mannschaft? Keine Ahnung. Ey, was verantwortet man denn? Frag doch mal. Was ist das denn auch für eine Frage? Wer hört die schlechteste Musik? Niemals ein Zimmer teilen würde ich mit? Almut. Weil? Weil sie gerne alleine ist. Welche Bemerkung über den Frauenfußball kann ich gar nicht mehr hören? Männerfußball ist schöner. Das schlimmste Kompliment, das ich je bekommen habe, war? Du spielst ja auch noch im hohen Alter Fußball.